Ja, ich muss fairerweise sagen, ich wollte gerade sagen, ich muss fairerweise sagen, ich hab das nicht gut gespielt, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, so, also wenn ich jetzt sozusagen meine Gedanken schweifen lasse und mir überlege, dass mein Gegner Henker Cycle Spam spielt, Digga, dann wird mir auch wieder komplett schlecht. Aber wir können das Ding auf jeden Fall noch gewinnen. Ich denke, oder ich bin der Meinung, wir können noch gewinnen, wenn der Henker jetzt ja keinen Hit macht. Wenn der Hit macht, ist der der absolute ekelhafteste Reuden-Henker der Erde. Wir machen das Ganze einfach so, zack, und hier oben gibt's einen Cage, damit wir das alles einigermaßen loswerden können. Der Gegner mit der Gang, ja, das gibt einfach ein Erdbeben. Ich hoffe halt, wir kennen das Gedeft, ne, aber es sieht so aus. Der Gegner hat, glaube ich, keinen Spell, aber ich kann, also ich kann es wirklich und beim Gewissen nicht vereinbaren, gegen diesen Dödel zu verlieren. Der spielt ja wirklich wie bestellt und nicht abgeholt und drei Tage verschimmelt. Das ist ja insane. Ich weiß nicht, wo er sein Clash Royale-Skill, in Anführungszeichen, ausgegraben hat, Freunde, aber was ich weiß, ist, dass ich immer wieder irgendwelche, das kann nicht wahr sein, das kann nicht, das kann nicht sein, nein, nein, nein. Ich akzeptiere nicht, dass das der Spiel-CS-Gegnis ist. Ich akzeptiere, nein, 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 ich akzeptiere es nicht. Ich akzeptiere es nicht. Gut, alles gut. Kein Problem. Zwei Gangs. Bei Niederlagen. Das ist okay.